Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal und heute gibt es mal etwas ganz ganz besonderes. Wer kennt sie nicht, diese kleinen fetten Teile da, die Brickheads, die für 10 Euro viel zu überteuert im Laden stehen und keiner sie kauft oder ich habe bisher noch keinen gekauft, aber damit gibt es auch ein besonderes Set, wo man seine eigene erstellen kann. Das ist richtig nice und ein Mitarbeiter von mir hat auf jeden Fall etwas besonderes gemacht und zwar hat er von diesem Typen hier, also vom Ersteller des Kanals, ein Brickheads erstellt. Wahrscheinlich kennen die meisten das nicht, also der Ersteller des Kanals, der ist so eine Art Superhead, den ich in der ersten Klasse erfunden habe. Ich habe ihn wirklich genannt, ja keine Ahnung, deswegen heißt der Kanal auch so und dazu hat er auch einen besonderen Erzbein gemacht, der auch ganz nice aussieht. Auf jeden Fall sehr detailliert. Er hat sogar noch eine E-Gitarre in der Hand. Jetzt seid ihr in der Reihe. Wenn ihr auch so was cooles haben wollt, schreibt einfach von irgendjemandem was in die Kommentare, irgendeine Person den Namen und mein Mitarbeiter versucht dann das nachzubauen, weil das wird dann sehr schön werden und das wird wahrscheinlich auch im nächsten Video gezeigt, dann die Figur. Und ja, und zwar Leute, wenn ihr mich supporten wollt, kommt jetzt eine krasse Challenge und zwar könnt ihr einen Guinness World Record aufstellen, indem ihr es geschafft, in einer Sekunde den Abonnieren-Button zu drücken und auf die Glocke zu klicken, aber oh, klicken. Auch könnt ihr auf den Like-Button klicken, wenn euch das Video gefallen hat und ich würde sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.